Vielen Dank für Ihr Interesse an dem interaktiven Schaufenster-Informationssystem von Simply2Show. Es kann ganz einfach an jedem Schaufenster platziert werden, ob Kaufhaus, Juwelier, Optiker oder Reisebüro. Und das auch bei Mehrfachverglasung, Sicherheits- und Panzerglas. In diesem Beispiel sehen Sie ein interaktives Schaufenstersystem für Immobilienbüros. Hinter der Doppelverglasung des Schaufensters sehen Sie das Simply2Show Bedienteil, das Herz des Systems. Ihr Kunde kann jetzt berührungslos mit seinem Handrücken über die verschiedenen Symbole des Bedienteils wischen und damit spielend einfach die Angebote durch das Schaufenster hindurch auswählen. Er muss sich nicht lange mit dem Suchen von Informationen aufhalten oder lange Präsentationen ansehen. Er entscheidet einfach selbst, was er sehen will. Mit Simply2Show können Sie Ihren Kunden Ihre Produkte nicht nur anhand von Texten und Bildern präsentieren, sondern natürlich auch in Form von Videos. Die Simply2Show Software ist in drei Ebenen aufgeteilt. Unten befinden sich die Artikelgruppen, darüber die Artikelübersicht einer jeden Artikelgruppe und oben die Präsentation der einzelnen Produkte. Je nach Systemspeicher sind beliebig viele Texte, Bilder und Videos möglich. Ihr Logo oder weitere Werbeanzeigen können dauerhaft am unteren Bildschirmrand platziert werden. Eine Besonderheit des Simply2Show Bedienteils ist, dass es bei fast allen Schaufenstertypen bis hin zu dickem Sicherheits- und Panzerglas einmannfrei funktioniert. Selbst bei metallbedampften Scheiben. Simply2Show benötigt keine Kameras oder zusätzliche Hilfsmittel. Das System wird schnell und einfach an der Scheibe montiert und ist dadurch, dass es von innen angebracht wird, vor Vandalismus sicher. Einfach an der Stelle Ihrer Wahl den Saugnapf ansetzen und festziehen. Übrigens, genauso schnell kann das System zum Beispiel für Reinigungsarbeiten abgenommen werden. Es spricht also alles für Simply2Show, Ihr zukünftiger Kundenservice, das interaktive Schaufenster. Optional bieten wir auch eine auf Ihre persönlichen Ansprüche designte Oberfläche an. Fragen Sie einfach unsere Servicepartner oder melden Sie sich doch einfach direkt bei uns. www.simply2show.de Vielen Dank für Ihr Interesse.